Was ist mit Robotern zu tun hat, kann ich schon mal verraten, relativ wenig. Aber ich werde euch ein bisschen erzählen, was es mit dieser RoboCup Rescue Simulation League auf sich hat, wozu man da Karten braucht und weil OpenStreetWeb uns hier helfen kann, die Liga zu veranstalten, zu organisieren. Wie gesagt, ich bin Moritz. Diese ganze Arbeit habe ich zwar mit meinem Kollegen Christian Dornhegel gemacht, der jetzt leider nicht hier ist. So als Kurzvorstellung über mich. Ich bin Doktorand an der Uni Freiburg, wie man unschwer erkennen kann. Ich arbeite im Bereich Künstliche Intelligenz. Genauer gesagt, Handlungsplanung, Robotik, Multiagentensysteme, wem das was sagt. Also kurz gesagt, es hat alles nichts mit GIS zu tun. Wir haben bei unserer Abteilung auch keine Expertise. Wir sind alles Akademiker im Bereich KI. Das heißt, wenn jemand sich mit GIS auskennt und jetzt gleich in Weinkrämpfe ausbricht, tut mir das leid. Bitte verzeiht es mir. Ich bin selber in OpenStreetMap seit 2010 aktiv. Tatsächlich nachdem ich mit diesem Projekt hier angefangen habe. Ich bin jetzt nicht bekannt in der Community. Ich mappe in Freiburg und Umgebung, so vor mich hin. Ich bin in der Tat schon sehr viel länger in RoboCup aktiv, sowohl als Teilnehmer als auch Organisator. So ziemlich genau vor zehn Jahren war mein erster RoboCup in Paderborn. Das ist schon eine Zeit lang her. Und genau, diejenigen, die von RoboCup schon was gehört haben, kennen das wohl eher als Roboterfußball und fragen sich natürlich, wozu brauchen Fußballroboter OpenStreetMap-Karten? Das ist eine gute Frage. In der Tat hat RoboCup angefangen vor fast 20 Jahren als Wettbewerb für Fußballroboter mit dem vielleicht etwas ambitionierten Ziel, bis 2050 den menschlichen Weltmeister zu besiegen, also Fußballweltmeister. Die ganze Sache ist nicht nur, weil die Leute gedacht haben, oh, Fußballroboter sind etwas, was unglaublich wichtig für die menschliche Entwicklung ist, sondern eher so als Testumgebung für KI-Systeme und Roboter. Also man will die Forschung in der KI, Robotik befördern, indem man sich so eine relativ kleine, eng umrissene Domäne ausgesucht hat, nämlich Roboterfußball, die leicht verständlich ist, aber trotzdem relativ komplex. Also man braucht auch einige kognitive Fähigkeiten, um effizient Fußball spielen zu können. Und das Ganze hat, wie gesagt, mit Fußball angefangen. Es gibt auch eine ganze Reihe an Ligen. Es gibt diese vielleicht bekanntesten Roboter, diese rollenden Mülltonnen, die sogenannte Middlesice League, die schon ganz ordentlich Fußball spielen können. Es gibt noch die kleineren Geschwister davon, die spielen so mit Golfbällen. Ziemlich schnell, also als Mensch kommt da kaum noch mit. Und dann, so die Evolution der ganzen Sache, sind dann die humanoiden Roboter, die schon so halbwegs menschlich aussehen. Und ja, so ein Versuchen, Fußball zu spielen. Meistens sieht das dann eher so aus. Ich mache mir nicht wirklich Sorgen wegen der drohenden Roboter-Apokalypse. Das Ganze hat sich dann auch etwas weiter ausgebreitet. Neben Fußball gibt es RoboCup at Home. Das ist so ein Wettbewerb für Haushaltsroboter. Da müssen Roboter Sachen tun, wie eine Flasche vom Tisch aufheben. Alles Sachen, die für Roboter gar nicht so einfach sind. Also hier wird ein Roboter wahrscheinlich nicht ohne größere Schäden schaffen. Es geht RoboCup Junior. Das ist RoboCup für Schüler hauptsächlich, die dann sich so ein bisschen mit Robotik beschäftigen können. Und es geht RoboCup Rescue. Das ist schon mehr angewandt. Also das ist nicht nur so reine Spielerei. Da geht es natürlich darum, dass Roboter Menschen in Katastrophenszenarien unterstützen können. Das kann nach Erdbeben sein. Das können havarierte Atomreaktoren sein. Da wurden die tatsächlich in Fukushima eingesetzt, so Roboter. Also da gibt es auch wieder unterschiedliche Leaken. Nämlich einmal die Rescue Robot League. Da geht es darum, solche Roboter durch mehr oder weniger zugestellte Arenen zu navigieren. Karten dieser Arenen zu bauen und Verschüttete zu finden. Und dann gibt es das Thema dieses Talks endlich, nämlich die Rescue Simulation League. Die zoomt ein ganzes Stück raus und betrachtet gleich eine ganze Stadt oder einen Stadtteil. Sieht ihr schon, das ist ein Ausschnitt der Stadt von Kurve, die vor 1995 von einem ziemlich starken Erdbeben heimgesucht wurde. In großen Teilen zerstört. Das war übrigens auch der Auslöser, der Anlass, überhaupt diese Liga zu gründen. Und man sieht so ein bisschen bunte Punkte, ein bisschen eingefärbte Gebäude. Da komme ich gleich dazu, was das bedeutet. Und wie gesagt, es geht hier um eine Simulation von einem Katastrophenszenario, dem Szenario nach einer Katastrophe. Und das Ziel, also was die Teilnehmer dann tun sollen, ist Software zu schreiben, die eine Menge von Agenten in dieser Stadt koordinieren. Diese Agenten sind Feuerwehren, Ambulanzen, Räumfahrzeuge. Und die machen die Sachen, die man schon erwartet. Feuer löschen, Personen retten und Straßen räumen. Und das ist nicht so einfach, wie man sich jetzt vielleicht denkt. Zum einen haben die Agenten immer nur eine sehr beschränkte Sicht. Sie können nur das sehen, was so ein Bereich von 50 Metern um sie passiert. Also sie wissen vielleicht, wie die Stadt ungefähr aussieht. Sie wissen, hier sind Gebäude. Aber sie wissen zum Beispiel nicht, brennt hier ein Haus oder sind die Straßen hier blockiert. Da müssen sie erst hinfahren, sehen, okay, wie sieht die Situation vor Ort aus und dementsprechend handeln. Das zweite große Problem ist die sehr begrenzte Kommunikation. Es ist nämlich nicht so, dass wir hier ein Programm haben, was alle Agenten koordiniert steuert. So an jeder Agent oder jeder von diesen Punkten muss für sich selber handeln. Das heißt, man kann nur sehr eingeschränkt mit den anderen Agenten kommunizieren. Manchmal auch gar nicht, also je nach Szenario. Und das macht die ganze Sache ziemlich kompliziert. Es gibt viel Forschung im Bereich der KI. Das Ziel des Ganzen ist es im Endeffekt, möglichst viele Zivilisten vor dem Tod zu bewahren. Indem man sie entweder möglichst schnell aus zerstörten Häusern rausräumt. Indem man vorher daran hindert, sich auszubreiten. Denn verbrannte Zivilisten sind nicht sehr glücklich. Warum machen wir das Ganze? Primär tatsächlich eben als Benchmark, als Testumgebung für Forschung im Bereich Multiagenten-Systeme. Auch eher sekundär, aber auch tatsächlich ist es das Ziel, irgendwann diese Anwendung, die wir entwickeln, tatsächlich für Unterstützung von menschlichen Rettungskräften im Bereich von der Katastrophentwältigung einzusetzen. Und drittens, ein gar nicht so unwichtiger Punkt ist Ausbildung. Es ist eine relativ gute Art und Weise für Studenten, die sich im Bereich KI studieren, an die Methoden heranzuarbeiten, im Team zu arbeiten, mit relativ komplexen Software-Systemen umzugehen. Genau, jetzt möchte ich ganz kurz zeigen, was hier passieren kann. Das ist von der letztjährigen RoboCup-WM ein Log-File. Man sieht hier, die gelben, roten Gebäude sind Häuser, also Gebäude, die brennen. Blaue Gebäude wurden bereits gelöscht, kann man da sehen. Und diese schwarzen Blobs, die die Straßen der Vollräume sind Blockaden, also eingestürzte Gebäude im Prinzip. Und man sieht jetzt hier, das Feuer breitet sich langsam aus. Und die roten Feuerwehren müssen so langsam wie Gänge kommen. Denn wenn das Feuer mal so richtig brennt, dann ist eigentlich alle Hoffnung verloren. Man sieht jetzt hier, die Blockaden wurden langsam freigeräumt von den blauen Räumtrupps. Und hier wird es langsam blau. Also ich kann euch schon zu viel verraten, sie schaffen es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Ich will jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden. Also wie man sieht, das Ganze spielt auf einer Stadtkarte. Und damit ist dann, denke ich, offensichtlich, warum Karten wichtig sind für die Liga. Also wir wollen viele Karten haben. Wir wollen möglichst realistische Karten haben, weil wir realistische Simulatoren, realistische Szenarien haben wollen. Wir wollen viele Karten haben, weil es sonst so den Anreiz gibt, sich sehr intensiv auf ein paar wenige Karten zu konzentrieren und alles aus diesen Karten raus zu optimieren und dabei so ein bisschen die Generalität zu verlieren. Also das Overfitting auf so ein paar Karten. Gerade wenn es um Wettbewerb geht, Weltmeistertitel zu gewinnen, dann ist da der Anreiz doch recht groß, so Mikrooptimierung zu betreiben, was eigentlich nicht das ist, was wir wollen. Und dem ist es mir erstaunlich, dass wir bis 2009 genau drei Karten hatten. Das klingt ein bisschen schlimmer als es ist, weil die Karten sind nur ein Teil der Szenarien. Ich meine, man kann eine Karte haben, die gleiche Karte mit vielen Feuern, wenig Feuerwehren, ist deutlich schwieriger als die gleiche Karte mit wenig Feuern, vielen Feuerwehren. Aber trotzdem war das ein bisschen arm. Wir waren nicht die Einzigen, die es gemerkt haben. Es gab dann den Versuch, so Zufallskarten zu bauen. Das sind diese hier, dass man sich ein bisschen erahnen kann. Die waren in der Tat zufällig, aber sich trotzdem strukturell sehr ähnlich. Also im Prinzip so ein leicht verdrehtes Gitter mit Häusern dazwischen und auch nicht wirklich realistisch. Okay, dachten Sie auf andere, es gibt ja Geodaten. Es gab ein paar Versuche, amtliche Geodaten für die Liga zu importieren. Die sind alle mehr oder weniger gescheitert, teilweise an der Lizenz. Die ganze Code, alle Daten der Liga sind oder Open Source Lizenzen. Und wenn dann so eine amtliche Behörde sagt, ja, ihr dürft die Daten für eure wissenschaftlichen Zwecke benutzen, aber nicht weitergeben, dann fällt das schon mal raus. Die Teams müssen die Karten haben. Da kann ich sagen, hier die Karten kommen beim Wettbewerb dran, aber wir geben sie euch nicht. Zumindest nach dem Wettbewerb sollten sie die Karten haben zum Testen, Bugs fixen und so weiter. Und dann war immer so das Problem, ja, dann gab es mal dieses Amt, wir könnten hier die Karten aus Japan haben. Dann haben wir dann irgendwie 50.000 Karten von japanischen Städten, aber sonst nirgendwo auf der Welt. Teilweise eben aus rechtlichen Gründen, teilweise weil die Formate sich unterscheiden. Das heißt, man muss für jede Institution einen neuen Konverter schreiben. Alles nicht sehr schön. Es gab den Versuch, automatisch von Google Maps Karten zu erstellen. Das ist relativ unzuverlässig und wie wir alle wissen, wir zeichnen nicht aus Google Maps ab. Und ja, OpenStreetMap löst diese ganzen Probleme. Es ist weltweit in einem größtenteils einheitlichen Format verfügbar. Vielleicht so kleinere lokale Taggingunterschiede, aber nichts Großes. Und dann eine freie Dienst, freie Lizenz. Also wir können die registrierenden Karten zum Download ins Netz stellen ohne größere Probleme. Okay, also wir wollen Karten. Wie kriegen wir oben SteetMap Karten? Okay. In RoboCup Rescue. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, wie sieht eigentlich eine Karte in RoboCup Rescue aus. Das ist ein bisschen kompliziert. Als wir angefangen haben mit diesem Projekt 2009, war das relativ einfach. Es gab ein Straßennetz als Graph, also Knoten mit Linien dazwischen. Linien hatten noch so Daten wie Breite, Anzahl an Spuren. Gebäude waren im Prinzip so ein Knoten, also eine Position mit einem Polygon als Umriss. Das, wenn man es so sagt, kommt das meistens bekannt vor. Das mappt sehr, sehr gut auf das OpenStreetMap-Datenmodell. Dementsprechend war es auch relativ einfach, einen Converter zu schreiben, der zumindest in erster Näherung OpenStreetMap-Daten in dieses Modell konvertiert. Wäre zu einfach gewesen, denn ein Jahr später gab es ein neues Datenmodell. Das basiert auf GML, die Geographic Markup Language, einem sehr kleinen Fragment davon. Und im Prinzip ist es vielleicht ein bisschen einfacher, denn alle Straßen und Gebäude sind jetzt Polygone, also Flächen. Wie man jetzt hier sieht, vorher waren das alles Linien und jetzt sind es Polygone. Und Agenten können dann über passierbare Kanten von einer Fläche zur anderen sich bewegen. Das hat die ganze Sache dann deutlich verkompliziert. Wie komme ich gleich dazu? Wir haben, wie gesagt, ein Konvertierungstool geschrieben, und zwar als Plugin für JOSEN. Und das hatte einen guten Grund, wir haben nicht relativ schnell gemerkt, dass eine komplett automatische Konvertierung schwierig wird, weil die Software, die RoboCup Rescue betreibt, ist teilweise relativ wählerisch, was Daten angeht. OpenStreetMap ist nicht sehr wählerisch, was Leute an Daten reinkippen. Das heißt, man braucht immer noch, man braucht Nachbearbeitung. Und idealerweise macht man diese Bearbeitung möglichst früh im Konvertierungsschritt, bevor noch 100.000 andere Schritte dann irgendwie auf existierenden Fehlern aufgebaut haben. Deswegen als Plugin für JOSEN, was wir machen, wir nehmen OSM-Daten und bauen daraus dann erstmal eine vereinfachte Repräsentation, indem wir alles rausfiltern, was uns nicht interessiert, also alles, was keine Straßen und Gebäude sind, und taggen diese Gebäude oder diese Straßen und Gebäude mit ein paar wenigen für uns relevanten Tags. Das ist hauptsächlich Objekttyp, das ist die Straßenbreite und die Stockwerksansage von Gebäuden und noch ein paar andere Sachen. Und auf Basis von dieser vereinfachten Repräsentation, die immer noch OpenStreetMap-Daten sind, aber mit so einem Rescue-spezifischen Tagging können wir dann eben weitere Schritte drauf aufbauen. Okay, was für Schritte sind das? Zum einen Generalisierung, Vereinfachung von Daten. Teilweise müssen wir fehlende Daten ergänzen, komme ich gleich zu. Es gibt ein paar Einschränkungen im RoboCup-Format, die wir in der Konvertierung berücksichtigen müssen. Es gibt keine Multipolygone, das heißt, die müssen wir zerschneiden und konvertieren. Das ist alles furchtbar. Wege dürfen sie nicht überlappen. Da gibt es eigentlich kein automatisches Verfahren, was jetzt sagen kann, okay, der Weg hier ist der richtige, das ist der falsche, dann braucht man Nutzerinteraktion. Und jetzt im neuen Format, tatsächlich muss man die Linienzüge der Straßen noch in Polygone umwandeln. Das war bisher ein separater Konverter. Also wir haben tatsächlich bis vor kurzem ins alte Format konvertiert und dann vom alten ins neue. Das hat dann wieder viel Ärger bereitet und eine neue Version fixt das. Ja, Straßengeneralisierung, warum das, als ich angefangen habe, sah so eine durchschnittliche Freiburger Straßenkreuzung aus. Ja, es führt zu Chaos. Wir haben dann versucht, einen Algorithmus zu finden, der diese Straßen generalisiert. Es war relativ fehleranfällig, komplex. Und ja, tatsächlich ist es nicht, also besser geworden. Durch das Lanes-Tagging sind solche Kreuzungen nicht mehr so häufig. Und bitte, wenn ihr so etwas findet, tötet es. Und ja, wie gesagt, wir haben das in der neuen Version entfernt, weil es so den, es war es nicht wert, diesen Code zu pflegen. Wenn es so etwas noch gibt, muss man dann manuell ein paar Mal entfernen drücken und diese Wege löschen. Viel wichtiger sind fehlende Daten. Es gibt nämlich, wie gesagt, also ich habe gesagt, OpenStreetMap ist flächendeckend vorhanden. Das gilt für Straßen. Es gilt nicht für Gebäude. Und Gebäude sind ziemlich wichtig für die Simulation, weil wenn da nichts brennen kann, ist es ziemlich langweilig. Und noch viel wichtiger sind Eingänge, weil wenn Ambulanzen nicht in die Gebäude rein können, können sie keine Verschütteten daraus retten. Das ist auch ziemlich langweilig. Ziemlich schade für die Verschütteten. Und Eingänge, also die Wirklichkeit des Straßens jetzt mit den Gebäuden verbinden, gibt es relativ wenig. Also was machen wir für Gebäudegenerierung? Das ist hier ein Beispiel. Das ist der Austragungsort der nächsten RoboCup-WM in Brasilien. Den Namen habe ich leider vergessen. Wir identifizieren so leere Regionen. Also Regionen, die von der Straße eingeschlossen werden. Generieren daraus Blöcke. Hier diese grauen Dinger und füllen die dann mit Gebäuden auf, künstlich. Das sind nicht die schönsten Häuserblöcke, aber wir können damit leben. Eingangsgenerierung ist eigentlich relativ simpel, also konzeptionell zumindest. Wir versuchen Eingänge zu finden, die möglichst rechtwinklig zu Gebäuden und Straßen, möglichst kurz sind, sich nicht gegenseitig überschneiden. Es ist ein bisschen rechenaufwendig, aber kein Hexenwerk. Jetzt hatte ich eine Demo geplant, aber da reicht mir vermutlich die Zeit nicht. Danach kommen noch zwei Slides. Demo, zwei Minuten. Ja, dann, vielleicht können wir während Fragen kommen noch ein bisschen. Wichtigste Frage natürlich ist, hat es was gebracht? Hat jetzt der Kandidat dazu geführt, dass wir neue Karten haben? So mein Benchmark war so ein bisschen, eigentlich wollen wir für jeden Aussagungsort eine Karte haben. Und das hat für Graz, hat es funktioniert. Das Jahr darauf nicht, da liegt hauptsächlich daran, dass wir damit beschäftigt waren, auf das neue Datenformat umzustellen und weniger Zeit für Karten hatten. Aber die drei Jahre darauf wiederum haben wir jeweils lokale Karten gehabt, plus noch zwei Karten von Berlin und Paris, hauptsächlich deswegen, weil es da gute Gebäudedaten gab. Genau, also im Vergleich zu den drei Karten, die wir vorher hatten, in den zehn Jahren davor, hat es sich deutlich verbessert. Und ich hoffe, dass mit den neuen Versionen, die das neue Format direkt unterstützt, das nochmal zunimmt. Zusammengefasst, ich habe euch ein bisschen was über RoboCup Rescue erzählt. Ich hoffe, es ist klar, warum RoboCup Rescue Karten braucht. Zum Glück gibt es OpenStreetMap. Wir haben Karten, wir können Karten aus dem OpenStreetMap benutzen. Wie gesagt, vollautomatische Konvertierung ist schwierig. Meine Idee war tatsächlich ursprünglich, okay, wir wählen einen Rechteck aus der Karte aus, drücken einen Knopf und fünf Minuten später läuft die Simulation auf diesem Ausstieg der Karte. Vielleicht passiert es irgendwann noch. Ist weniger eine Sache ein OpenStreetMap, sondern vielleicht müsste die Simulation so ein bisschen toleranter werden, was komische Daten angeht. Aber die Teams hassen Überraschungen, also wird schwer. Aber dank der Intervention als chosen Plugin können wir so eine halbinteraktive Konvertierung machen und das funktioniert ziemlich gut. Okay, danke fürs Zuhören. Hier jetzt noch zwei Links. Einmal zum RoboCup Rescue Projekt selber und zu der Website, wo wir den Konverter haben. Das ist noch die alte Version, aber die neue kommt in den nächsten Tagen. Dankeschön. Vielen Dank, Moritz, für den Vortrag. Gibt es noch irgendwelche Fragen aus dem Plenum dazu? Ja, wir müssen auf das Mikro warten, weil die Aufzeichnung das sonst nicht mitbekommt. Ja, mich wird interessieren, ob ihr Zusammenarbeit mit der Feuerwehr irgendwie vorhanden habt oder nicht. Wie ihr da rankommt an die Informationen, welche OSM-Tags für euch interessant sind vor allem. Ob ihr euch das selber überlegt habt oder ob es da auch Zusammenarbeiten oder sogar Studienarbeiten irgendwas gab. Wir haben mit der Feuerwehr zusammengearbeitet. Also es ist nicht jetzt wir in meiner Abteilung, aber es gibt Leute in Southampton, glaube ich, die mit Rettungskräften zusammengearbeitet haben. Da ging es aber nicht jetzt direkt um OpenStreetMap, sondern da ging es generell um was sind die Anforderungen und so weiter. Jetzt wirklich, welches Tag in OpenStreetMap interessant wäre, da haben wir jetzt nicht mitgearbeitet. Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, wichtig sind Zugänge. Also alles, wo Rettungskräfte irgendwie lang laufen oder fahren könnten, ist im Prinzip wichtig. Also insbesondere Feuerwehrzufahrten und so weiter, auch wenn die eigentlich über Fußwege laufen. Ansonsten, theoretisch können wir alles benutzen, was die Situation irgendwie realistischer macht. Also was wir uns gedacht haben, schon zum Beispiel, dass wir mehr Zivilisten in Wohngebiete packen oder dass wir Feuerwehrstationen getaggt sind, Hydranten, die getaggt sind, gibt es ja teilweise schon, können wir auf jeden Fall benutzen. Also eigentlich sehr viel, aber jetzt speziell kann ich nichts sagen. Ich kann mal hier, kurz einen Ausschnitt, ich kann jetzt auf dieses Make Rescue klicken und da sieht man hier die vereinfachte Version. Unter anderem hat es dann eben diese RTR-Text, die wir automatisch hinzufügen, zum Beispiel für Straßenbreite. So, kann ich hier auch ändern, wird angezeigt. Ja, und hier kann ich dann, hier sieht man die Eingänge, die automatisch generiert werden. Auch als Wege. Und das kann ich dann in das ums Lebenformat exportieren. Okay, keine Fragen mehr? Aber ganz schnell, weil wir jetzt schon vier Minuten vor dem nächsten Vortrag sind. Kann man damit weiterhin die Map-Style auch noch verwenden, weil zum Beispiel, ich würde hier gerne die Punkte ausblenden, das macht die Karte eigentlich nur schlechter, als es ist, also die gelben Punkte. Eher nein. Das ist ein relativ simpler, simples Layer Painter, glaube ich. Ja, die Punkte ausblenden ist tatsächlich was, was ich vorhabe. Also ich glaube, Styles kann man nicht ohne weiteres verwenden. Es ist ein bisschen hart codiert. Okay, wir müssen jetzt leider Schluss machen. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Und dann sind wir in drei Minuten dann da mit dem nächsten Vortrag. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020